moin moin meine freunde herzlich willkommen zu einem anderen video auf meinem kanal felix filmt bei diesem video geht es darum ich habe mal so ein bisschen den hype verfolgt der letztes jahr oder die letzten zwei jahre so ein bisschen stattfanden und zwar bin ich mal ein bisschen probe gefahren mit der ktm smcr 96 da ihr wisst dass ich noch ein bisschen auf der suche bin nach einer neuen maschine und ja also es ist ein kleines video ich habe so ein bisschen mit der gropro ein bisschen hin und her gefilmt ich hoffe es gefällt euch auf jeden fall viel spaß bei dem video und viel labern tue ich da nicht aber es hat auf jeden fall spaß gemacht mal so ein bisschen den hype zu verfolgen was da überhaupt zur sache ist bei der ktm vieles um weiter nach dem intro hier schönen guten tag meine freunde willkommen auf ein neues video das wird ein kleines video weil ich habe ihr wisst ja dass ich auf der suche bin nach einem motorrad und ich bin gerade auf einer probefahrt mir fällt ein nur zu einem zu sagen wenn euch das video gefallen hat dann gebt mir einen daumen nach oben abonniert mich gern und eventuell wird diese maschine wenn ihr wissen wollt welche maschine dann guckt mal genau hin so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020